Okay, da wache ich morgens auf, schaue mir die News an und gucke natürlich über welche Informationen, Inhalte ich sprechen kann. Schaue mir die Preise an, schaue mir den Kurs an und dann die News und auf Grundlage dessen präsentiere ich nämlich meine Videos und auch die Inhalte. Also ich habe nie vorweg irgendwelche klaren Ziele, worüber ich sprechen möchte. Ich mache das Ganze tatsächlich auf Grundlage der News soweit fest. Der Markt verhält sich negativ, auch Gesamtkripto verhält sich negativ, aber wisst ihr was, eine Nachricht ist mir dann dennoch aufgefallen und zwar die hier. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr, sehr symbolische Nachricht. Es geht um Grailscale Investment und zwar hat Grailscale Investment ein Gerichtsurteil gewonnen, das besagt, dass die SEC ihre Ablehnung des Vorschlages GBTC in ein ETF umzuwandeln schlussendlich widerrufen muss. Okay, was ist passiert? Und zwar Grailscale, ihr wisst es, ihr kennt es, hat ein GBTC, ich mache es ganz kurz, ja, Grailscale Investment und Grailscale zahlt nämlich auf diesen GBTC, ja, auch einen Aufschlag. Um das zu entgehen, hatte Grailscale gesagt, liebe SEC, pass mal auf, ich möchte gerne meinen GBTC in ein ETF umwandeln, um diese prozentualen Gewinne eben auch entgegenzuwirken, beziehungsweise um, ja, mehr Profit daraus zu schlagen und die SEC hatte gesagt, ist nicht, also Bitcoin-Spot-ETF-Antrag machen wir nicht. Und jetzt, ja, laut dem Gerichtsurteil muss nämlich die SEC genau ihre Aussage nochmal revidieren und das Ganze tatsächlich widerrufen. Es wird erwartet, dass die Entscheidung in naher Zukunft den Weg für die Zulassung der Bitcoin-Spot-ETF-Anträge auch ebnen wird. Leute, das ist riesig, das ist bullischer, bullischer geht es nicht mehr an dieser Stelle, aber weiter geht's. Das Gerichtsurteil entzieht der SEC jede Grundlage, Spot-Bitcoin-ETF-Anträge in den letzten Jahren eingereicht wurden, weiterhin abzulehnen. Wir wissen und wir kennen die SEC, ja, sie wollen es einfach nicht. Sie wollen kein Spot-Bitcoin-ETF haben. Ja, natürlich, ja, sie wollen irgendwo Lobbyarbeit betreiben. Sie wollen auch natürlich den Dollar schützen und sie wollen nicht, ja, Bitcoin-Krypto ist ja alles scammen und so weiter. Haben sie immer wieder abgelehnt und jetzt laut dem Gerichtsurteil dürften sie es nicht weiter ablehnen. Denn es wird nämlich jetzt erwartet, dass sehr, sehr viele Unternehmen auch Spot-Bitcoin-ETF-Anträge einreichen werden. Denn damit hat die SEC eigentlich keinerlei Grundlage mehr, diese abzulehnen. Und es wäre ab jetzt ein riskanter Schritt, weiterhin Spot-Bitcoin-ETFs auch abzulehnen. Ja, Grayscale beabsichtigt, GPTC in einen ETF umzuwandeln, haben wir geklärt. Die haben den abtunnelnden Abschlag von 16% mit dem Trust gehandelt, wird zu beseitigen. Das hatten wir schon bereits. Darüber hinaus wird erwartet, dass die bevorstehende Bitcoin-Halbierung, bla bla bla, Zukunftsaussichten. Es ist erwähnenswert, dass sowohl GBTC als auch Bitcoin derzeit über 200 Tage MA, bla bla bla. Zusammenfassend ist das Gerichtsurteil zugunsten der Bitcoin-ETF-Umstellung von Grayscale nicht nur positiv für Grayscale selber, sondern auch für den gesamten Kryptosektor. Es bereitet die Voraussetzung für die Zulassung von Spot-Bitcoin-ETFs vor mit der möglichen Zeitplan innerhalb eines Jahres oder sogar noch vor Ende diesen Jahres. Trotz des aktuellen Abschlags auf GBTC machen die bevorstehende ETF-Umwandlung. Und auch die Bitcoin-Halbierung, also das Halfing, diese Investitionsmöglichkeit in verschiedenen Zeiträumen attraktiver. Und das kennen wir auch. Grayscale selber hält insgesamt 622.000 Bitcoins. Das ist einfach nur unglaublich. 16 Milliarden an US-Dollar. Und genau das ist meiner Meinung nach bahnbrechend für Krypto prägend. Im Grunde reihen sich nämlich auch jetzt weitere Partner mit ein. Wir haben auch ARK Investment. Und es ist ein gutes Zeichen für die Zukunft. ARK Investment und 21 Shares haben mit dem geänderten Spot-Bitcoin-ETF-Einreichung offenbar frühere Bedenken der SEC berücksichtigt, was laut dem ETF-Analysten von Bloomberg ein gutes Zeichen für Fortschritte ist. Ja, wir haben sehr, sehr viele Partner an dieser Stelle, die sich jetzt langsam einreihen, die auch ein Spot-Bitcoin-ETF haben möchten und das ihren Kunden anbieten möchten. Denn mittlerweile wissen wir, es gibt sehr, sehr viele Future-Anträge, die, ja, das ist einfach nicht profitabel. Future-Anträge ist nicht profitabel, das genehmigt die SEC sowieso, weil du mit nämlich US-Dollar handeln kannst. Das heißt, wenn ich mit Future-ETF-Anträge handele, dann handle ich nur mit Dollar. Ich kriege keinen Gegenwert, ich kriege keine physischen Bitcoins, ja, in Form von, ja, schick mir das zu und ich verwahre das Ganze selber, sondern das Ganze mit Dollar-Einstieg und Dollar-Ausstieg. Das heißt, mit Bitcoin-Spot-ETF-Anträge, da hast du Dollar-Einstieg, aber kannst im selben Zuge auch sagen, ich möchte die Bitcoins haben und genau das will die SEC natürlich vermeiden, ja, sie wollen und betreiben hier weiterhin Lobby-Arbeit und sie wollen auf Grundlage dessen auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, wollen sie einen Bitcoin-Spot-ETF-Antrag haben, weil das Ganze schlecht für den Dollar wäre und genau das, ja, wollen sie auf biegen und brechen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass genau das oder das Verhalten, ja, oder der Umgang mit Krypto, mit Innovationen und dazu ist ja die SEC auch verpflichtet, ja, also die SEC hat nicht nur das Ziel, die Finanzstabilität aufrecht zu erhalten und Finanzkriminalität zu bekämpfen, sondern auch das Ziel, Innovation auch anzunehmen, ja, das heißt, wenn wir eine Innovation haben, wenn wir eine destruktive, ja, Erneuerung haben, wenn es um Zahlungen geht, wenn es um vielleicht Kryptowährungen geht, dann muss die SEC darüber abstimmen und wirklich schauen, ob das im Sinne, ja, im Sinne der einzelnen Parteien, im Sinne des US-amerikanischen Bürgers ist und ihr seht es, sehr viele Unternehmen wollen einfach einen Spot-Bitcoin-ETF haben und es reihen sich sehr viele Unternehmen schon an und eigentlich, ja, muss oder dürfte die SEC das Ganze nicht ablehnen, weil einfach ein so hohes Interesse mit einhergeht und wir sehen auf der anderen Seite ja auch, dass jede mögliche oder jeder möglicher Unmut gegenüber der SEC einwandfrei immer behoben worden ist, das gemacht wurde, was die SEC eigentlich will und trotzdem sagen sie immer noch nein. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wenn auch ein Bitcoin-Spot-ETF-Antrag auf den Markt kommt, dass auch alle anderen, alle anderen Unternehmen sich mit einreihen werden. Wir haben das nämlich auch in der Vergangenheit gesehen, das ist der Ethereum Future Trust von VanEck. Das Ganze war jetzt nicht so geil, ja, also sie haben es eröffnet, die ganze Community hat aufgeschrien und gesagt, ja, jetzt geht das Ganze bergauf, weil das ist der allererste Ethereum Future ETF. Ja, das Ganze schien jetzt nicht so, wie alle das Ganze vermutet hatten und ja, immer noch bullish trotzdem auf Ethereum, aber die Leute wollen einfach keine Futures, die Leute wollen Spot-Anträge ETFs haben, Spot-ETFs und nicht Future ETFs, weil davon gibt es ja genug. Aber an dieser Stelle, was ist eigentlich deine Meinung? Wie siehst du das? Wie interpretierst du eigentlich die Information? Schreib das gerne in die Kommentare und wir sehen uns auch morgen wieder. Mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao.